Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, das Schaschlikset ist qualitativ echt nicht schlecht. Fleisch etc. lassen sich auch relativ gut von den Spießen lösen. Den Sternerzug gibt's für den doch überteuerten Preis, aber Weber halt. Gut aber teuer. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.